Tja, könnte ja tatsächlich noch klappen, dass das vielleicht nicht heute, aber vielleicht um 1.2 hochgeladen wird, das neue Hauptfilmchen. Ich habe ja schon einiges erlebt mit MyLab, mit MrWissen2Go und sonst irgendwas, dass jetzt auch die Maus zu einer widerwärtigen Ratte mutiert ist, beziehungsweise deren Redakteure sie zu einer widerlichen linksradikalen Ratte haben mutieren lassen. Gut, muss ich jetzt natürlich auch erstmal so hinnehmen, so verdauen, so akzeptieren, es hilft ja nichts. Deswegen habe ich mir jetzt auch dieses Titelbildchen wieder jetzt ausgesucht. Aber nicht nur darum geht es, es geht auch noch um viele andere, ja vielleicht auch kriegsentscheidende Punkte. Je nachdem, könnt ihr dann wieder schauen bei VK, BitChute, Odyssey und Rumble, die sich den Trailer bei Windows TV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren, ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich. Tja, weiß nicht was ich jetzt, da ist jetzt auch schon wieder genug eigentlich in der Watteschleife, aber ja, vielleicht brauche ich auch mal eine Pause, ich weiß es nicht. Irgendwie, irgendwie, ja, kotzt mich das alles an und ich bin auch ziemlich am Arsch.